Ich habe heute meine neue Aufgabe als Generalsekretär der CDU Nordrhein-Westfalen aufgenommen. Ich tue das sehr optimistisch, denn ich glaube, dass wir in den nächsten acht Wochen jede Menge gute Gelegenheit finden werden, unsere Positionen offensiv im Wahlkampf darzustellen. Wir haben in den letzten fünf Jahren gezeigt, dass wir es können. Jürgen Rüttgers führt mit seinem Kabinett Nordrhein-Westfalen sicher durch die Krise. Wir haben jede Menge positive Veränderungen im Aufsteigerland Nordrhein-Westfalen vorzuzeigen. Das wollen wir tun, fair, nicht mit persönlichen Diffamierungen, wie wir es von der SPD erleben, sondern in einer sachlichen Auseinandersetzung, damit die Bürgerinnen und Bürger am 9. Mai über unterschiedliche Konzepte, Ideen und Köpfe entscheiden können. Und dann bin ich sicher, wird die CDU deutlich die Nase vorn haben in Nordrhein-Westfalen.